ja Willkommen zur ersten Runde Tal des Todes Battlefield ist jetzt nicht die erste Battlefield-Runde die erste Aufnahme nein man muss nämlich anmerken Henrik hatte gerade eben 035 Stats und das war ihm peinlich ja das habe ich war mir dann doch zu peinlich mit 035 na Henrik wurde gerade von äh wie ist er nochmal den Boomer gemessert und seitdem will er nicht mehr aufnehmen ich habe meinen Sniper nicht gescheit eingestellt ich habe jetzt das Snipergewehr ohne Visier nur Kim und Korn WTF ich muss meine ganze Sache nur einstellen keine Ahnung ich glaube zu C ne doch nicht D wir haben jetzt eh ein bisschen Sofl am Support hab ich schon mal gesagt dass ich die ganze Zeit zu Fuß unterwegs bin vom Start was geht denn hier ab ich seh nichts mehr was geht denn hier ab was geht denn hier ab pack mal jemand hier den Akir Dings Bums aus wie heißt der ja hier ist schon wieder einer der mit dem Heli nur abfarmte ja ich markiere euch die Scheiße ihr müsst euch nur den javelin reinpacken dafür müsste ich einmal kurz sterben was ist der javelin was was ist den hast du nicht das ist der markierraketen wen hast du was hast du so markiert ja gerade nichts weil dir nichts ankommt ich glaube ich muss sich mal umpositionieren ja die kommen nicht näher ich muss sich vielleicht mal umpositionieren überleg ich mir gar nicht da Helikopter wo ist denn der hinter der großen Brücke da kommt noch ein andere Helikopter auf mich zu jet markiert da jetzt hab ich sie zu jet ist weg die markier ja ich würde das schossen sniper ich pack mal javelin aus javelin ist scheiße ja der javelin ist hammergeil ne der javelin ist hammergeil ne bist du der markierte ist da oh shit schossen facken scheiß zusammen lucas zigzag ja ach in eurem gebiet ist ein feindlicher mg schütze rückt mit äußerster vorsicht weiter vor rückt mit äußerster vorsicht weiter wir haben das einsatz hier localisierten aufwalt ah links ist das ein panzerlouk ist könnt ihr mal irgendwie befehle durchgeben dass wir ein bisschen plan haben muss ja immer wo ist das hier irgendwo auf dem map jetzt ist ja kaputt wir müssen die weg ah nein was passiert hier wir verpacken uns mit dem anderen ja ja der t90 ja da kommt noch weiß ich greif ein t90 an lucas da kommen zwei hinterher die sind drei t90 gerade und der eine fährt unter den anderen die vermehren sich ja vermehren sich schneller als niedere direkt mich am arsch sagen können also ziemlich schnell laufen wir hin lucas weiß ich nicht mir hab ich da kein fahrzeug abbekommen ich bin auch hier die ganze zeit schon ziemlich lang zum fluss ja du brauchst immer ein fahrzeug auf den wir ha jetzt bin ich in einem tank ich brauch schon mal ein visier auf meiner snipe stein ist immer noch nicht ich bin noch nicht gestorben ne hast du mal ne mach mal jetzt endlich so ich hab den raketenwerfer und jetzt sitz ich hier oder was der raket äh der soflamm steht irgendwo hinten auf dem dach hab ich nicht leider vergessen witzel oh das ist so ein kack spaß manchmal danke das sollte eine breite geben wieso bin ich jetzt hier fahrer wieso bin ich auf einer fahrer ich dachte ich könnte ein bisschen ja genau das ganze ich hasse es ich weiß nicht warum sie sowas eingefügt haben diese scheiß gunship wir haben es schon genervt irgendwie am anfang war es richtig krank okay ja ist es jetzt nicht oder wie weiss ich nicht Daniel ich rapp dich oooohh gunship ja ah ich wurde tot geschippt ja ich wurde auch erschossen das gunship lucas ich weiß so lief es vorhin auch ich komm raus und werd von unserem gunship und sowas erschossen genau wie jetzt auch ähm helikopter oder so boah ne werd erschossen das schlimme ist man kann halt nichts gegen das scheiß gunship machen außer sterben als normaler wenn man spawnt wie kommt man das gunship keine ahnung wenn da halt mal so ein platz frei ist wenns da ist ich spawn bei dir lucas ja toll ich spawn muss ganz schön da ist einer boah das ist einer boah das ist einer aah die ist in ihm jetzt hab ihn boah die sind hier überall man ein sniper und praktisch boah zack überall ja da war ein panzer ja da war ein panzer ja ich hab die raps haben wir spawnbar aufgestellt oh herr borg ich werde hier nur von fahrzeugen instant aus irgendeiner richtung hm ich weiß nicht ob mir das gefällt ja ich find die normalen maps sind eigentlich noch die besten da sinds schon wieder so viele ey da sinds schon wieder so viele ey ein feindlicher panzer wurde noch nach dem gebiet gesichtet woah fack 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 lol lol das wird doch ich bin auf 10 im fahrzeug ich spaw gleich bei dir hmmm brauchst du repair dann mach ich mal repair ich kann repair sonst auch naja ich kann repair sonst auch ich spaw auch gleich bei euch ich kann auch repair hm hm wenn unser panzer kaputt geht weiß ich auch nicht hm hm nur weil wir getroffen sind spring ich raus ich auch und dann repair ich links von uns allerdings da oben markiert hinter uns ist ein fahrzeug irgendwie da da hinter uns hinter uns ich hab's erwischt ich rappe warte du bleib stehen ja in dem kleinen container ist wir drin in dem gelben vor uns wo ist der vor uns der hinter uns der container hinter uns ja ja hinter uns ich zeichne den ganze hinter euch da sind 3 der container der container ich steig aus ich steig aus vor ihm gleich du musst das ding geraten mal ich bin dabei ich bin explodiert ich bin ausgestiegen und auszureppen da waren echt 3 leute ich hab da einmal reingeschossen dann waren sie irgendwie das ist wow ihr habt doch gesagt hinter euch die sie zieh mich hier gerade ich steck hier in so ner kante ich steck hier in so ner kante was bei mir könnt ihr auch noch spawnen und auf d ich bin so verpackt an so nem rohr noch auf d ich bin auch noch ran vorsicht panzer kommt hier Ach genau Wie Flappee hat der noch ey Panzer kommen Achtung Zwei Stück auf D Da kommen welche hinten bei diesem kaputten Haus bei D Panzer hat mich hier gesehen Achtung Pass auf Shit Ein Panzer hat mich geholt Noch ein Panzer Bei jetzt Ich hab ihn fast kaputt repariert Die reparieren aber selber wieder Ah verdammt Er ist gerade weggefahren Boah Kennt er für mich spawnen? Ich hab nen Panzer Ja spawn ich gleich Lohmann bei dir Alex spawned Ich bin bei Hendrik gespawnt da bin ich nicht mehr weggekommen weil auf einmal zwei Panzer da waren Ja genau Ist ja immer bei Hendrik Ich bin bei dir oben drin dann ja ich kann auch repairn Aber einer kann euch voll kurz aussteigen oder so Ja warte ich steig kurz aus warte 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 Spawn Bin gespawnt Ich hab's weiterfahren Komm mal ist hier ja voll am Arsch der will Da ist keiner drin Lukas hier schnell Kann ich da nicht rein? Weiß ich nicht doch so jetzt Kannst du da rein? Jetzt? Na jetzt? Dann kannst du nur du dann musst du so Ja Tschüss Voll schwer mit der zu aimen irgendwie Wir haben nicht ganz zu schienen Ui Panzer berghoch Ja dann Lukas Lukas Ich hab Hilfe bei Zerstörung bekommen Hä? Ja Ich hab doch gar nichts gemacht Geh weg Geh weg Geh weg Wie soll man damit denn was drehen? Was das? Äh Panzer von rechts Vor uns vor uns ein Panzer direkt Äh da hört's davon Ah Oh ein Gegner eliminiert Ich steig aus Ich fiel Paar hier vorne Ich weiß nicht was hier abgeht Oh Gar nichts Der ist weg! Ich kann auch nicht mehr einsteigen Das ist okay Ähm Sorry Spawn 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 für Lukas Ach für Alex Jaaaah Gunship ey Was? Ich hab grad Lukas nur die ganze Zeit genervt Aber ich hab jetzt hier was in Aussicht Spawn für ein feindliches Fahrzeug gesichtet Oh mein Nur dieses nette Ding hier Boah Zwei Laufge Da kann aber nur einer rein Ja Fug auf ja Lukas die laufen hinterher Ich komm an und geh ein und Könnt dann kriegt das nichts mehr Oh Junge Mir habt mich umgekippt Was ist denn das? Geh weg jetzt Werf nicht Wör auf Ich mach kills damit das ist behindert Geh weg Was regelt ihr da? Ey Geht das gunship down? Oder? Geh weg Schaut mal hoch Gunship down Ja das gunship geht down Du musst nur ein bisschen Raketen bauen Gunship down Jetzt lass Lukas da nochmal Boah Scheiße. Kann man bei dir mit rein, Lukas? Nein, nein, nein! Geh weg! Nee, geht nicht. Hilfe! 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 Junge, hör auf! Ich kann das so nicht ziehen! Oh ne Granate! Ich hab voll Bauchschmerzen. Ich fahr mal weg. Ich kann nicht mehr. Ich hab geweint. Ich auch. Sorry, jetzt. Die kann man so hart wäpen, die scheiß Artillerie da. Boah, C4 Sprengstoff. Danke, dass es mal wieder aufgepasst hat. Ich bin nicht mehr weitergelaufen, sorry. Fick dich ab. Was denn? Vorsicht, da ist für Lukas. Soll ich dein Fahrzeug hervorrieren? Nicht mehr. Oh, auf der anderen Seite, da siehst du ihn. Er ist markiert drüben. Jetzt nicht mehr. Er ist da. Er kommt. Down. Da hinten kommt wieder einer. Da ist ein Sniper, der snipert hier über die Wiese. Da ist er am Berg. Ich weiß, ich muss hier irgendwie weg. Er will mich haben. Er weiß, dass ich hier bin. Ich renne ein bisschen. Ich renne ein bisschen. Ok, hab alle down. Nice. Brauchst du Munition? Äh, ich leg mich hier. Hat meine coole. Ja, wäre cool. Ich bin unterwegs. Achtung, 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 Achtung. Ah, Heli, Heli, weg hier. Ich bin jetzt gleich bei dir. Oh, ich hab die richtig hart bebombt, ey. Shit, von rechts, von der Seite. Scheiße. Bin ich der Einzige, der positive Stats sind bei uns? Äh, 4-6, ja. Spawn bei Axel. Oh, ich bin mitten auf E hier im Superfeindesgebiet und töte die Leute ganz schnell. Oh, Medic, spawn bei... Du bist. Echt nicht klug bei mir zu spawnen, gell? Doch, 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 das passt schon. Ich komm mir grad immer näher an E. Wow, Artillerie hier, weg. Oh, ich seh ihn nicht! Wie soll ich denn da zielen? Ich bin auf E. Lockt euch in der Ecke an E oder so, wir müssen das übernehmen. Oh, jetzt bin ich tot. Und sorry, Locos. Ich bin jetzt nochmal sorry für den Artillerie-Rabschau. Das war einer der lustigste Momente in der Ecke, die ich je hatte. Achtung, wir haben's Ecke, Locos. Nein, der M1. Hendrik, überlebe, 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 überlebe. Oh, ich wurde gerätzt, nice, danke. Wir haben die Luft ab, ja. Ich versuche, das Teamwert ein bisschen zuzubauen. Ich hau mal kurz ein paar Meter ab, dass wir einen Spawnpunkt haben. Falls ihr da sterbt. Oh, und dann geht's. Da kommen mal ganz viele Panzer nach, ey. Richtig viel. Und wo? Da kommt sogar Panzer ohne Ende vorne. Richtung, weiß ich nicht, Richtung Süden. Südlich. Kommt richtig viel Panzer. Von der Brücke halt. Oh, 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 der Panzer hat mich im Bissi. Ich muss hier weg. Wir lassen uns das Ziel weg, denn wir müssen hier weg. Das geht nicht mehr. Aber ich seh jetzt schon, wie ich andere Leute mit der Artillerie rapen werde, weil mir danach ist, wenn sie mich nerven. Das geht so gut. Lass uns nach elf oder so. Was? Nach elf? Ich bin unterwegs. Ja, ich bin unterwegs. Ja, ich bin hinterher. Vorsicht, hier ist richtig viel Panzerschäft und so. Oh, der Heli. Der Heli hat mich gesehen und kurz hingewischt. Boah, fuck, ey. Überall. Deine Klasse ist ja nicht aufgenommen, wie ich die Artillerie umgeschmissen habe. Ja. Das ist alles mit dir. Perfekt. Panzer ist einmal erwischt. Scheiße. Achtung, der ist im Panzer, der zieht auf uns hier. Ich spawne. 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 Ach, Mann. Was ist das denn für ein Panzer? Ja, bei F spawne. Nach der Runde gehe ich aber übrigens auch. Ja, ich weiß nicht. Entweder gehen wir jetzt, ich würde sagen zu G. Ja, ich komm. Panzer, 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 Panzer. Hinter uns, hinter uns. Hinter uns, hinter uns. Versuch ein bisschen Raum zu schaffen. Was ist denn Hinterraum? Boah, der hat mich umgenäht. Oh, fuck. Ja, ich auch. Gleichzeitig. Wie gibt es das, dass wir uns beide gleichzeitig umgehen? Ich chill dir auf, Gehe. Ja, wir standen in einer Linie, das war scheiße. Ich chill auf, Gehe. Kommt einfach her, dann können wir G übernehmen. Ich schwöne euch bei dir. Ich auch. Ich auch. Alles klar, dann ein bisschen näher. Hier ist wieder mal so ein Kakeli oder irgendwas. Wie sehe ich, kam wieder zu nichts. Hinter uns, ich hab uns hinter uns was markiert. Da ist ein Panzergerät. Oh Gott, wo sind wir hier? Vorne ist ein Panzer, du hast recht. Wir müssen weiter zu G rauf, ich bin bei G jetzt drauf. Ich auch, ich übernehme. Bleib hinter den Kartons hier. Bitte. Hinter uns, Daniel, da kommt wer. Achtung, Einsatzschirm ist neutralisiert, over. Und da kommt irgendwas, wo ich hingucke. Gunship, ja, leck mich fett, ey. Das ist immer das Gunship, was mich irgendwie holt. Oh, da sind drei Leute, wo ich hinge- gemeint hab noch. Ich hab nämlich Granaten eingeschmissen, dann sind sie uns wohl aus ihrem Löchleim gekraxelt. Mhm. Ich flankiere sie. Ich bin bei Alex nicht. Neu, da um die Ecke ist er. Da schau ich nicht. Oh, der hat uns alle umgemäht, da der eine. Da sind zwei. Da sind zwei, wer auch immer. Ich wusste nicht, dass es da hinten rausgeht aus dem Ding. Eh wieder spawnen, gell? Oh, Mann. Wollte grad sagen, ich hab's von bei Henrik, aber ja. Ähm. Ja, geh. Da bratzt die ganze Zeit so'n Panzer in euch rein. So'n Anti-Infantrie-Panzer. Das Gunship ist da auch drauf. Wieso fährt der da weg mit dir? Steigt mit dem Panzer und fährt weg. Dass ich nicht rein kann, wird geschlossen. So'n Lächerlich. Panzer auf der Station links von dir, Panzermann. Direkt für zwei Meter entfernt. Ich hab die Artillerie hinten rechts kampferfähig gemacht. Boah. Alter, hier explodiert alles. Der Heli auch nochmal, oder wie? Fahrzeug zerstört. Die Artillerie hinten rechts ist kaputt. Ich hab den mal vom Fahrzeug getötet, ey. Die erste Hilfe ist unter dir. Wem? Luca, wer ist da hinten? Ich hab sie einmal... Oh Gott, das schießt wieder irgendwas. Da ist was. Der Heli. Da ist irgendwie lauter Helis wieder, die wir schießen hier. Was ist das? Vorsicht, die sind nur noch hinter. Ja, ich weiß. Oh Gott, oh Gott, die Granate! Ach ja, jetzt will ich jetzt hinste mir noch. Ja, Panzer! Bei Panzer, ey. Da sind drei Panzer auf geh, oder wat? Richtig krass. Wir müssen schnell was übernehmen. Lass uns mal bei C sparen. Oh. Ich hab nen Jeep. Äh, nen Buggy. Ich hab nen Panzer. Ich kann repairen und beim, ähm, Anti-Fahrzeug. Treffen wir uns bei D. Okay, dauert ein bisschen. Wo ist n D? Ist da oben? Ja, okay. Ich bin auch mit nem Panzer unterwegs zu D. Dauert aber ein bisschen. Ne, ich bin jetzt gleich schon da. Ich glaub, das wird jetzt eh übernommen. Von uns. Also ich glaub, das können wir ruhig so lassen. Irgendjemand von links wird er beschossen gleich. Irgend mit nem Panzer von hinten. Achtung. Alex ist das. Hinter dir. Ja, hier kommen grad nen Soldat hoch. Ich versuch den schnell gestiegen. Ja, den mein ich. Er ist tot. Okay, lass uns das Ziel wechseln. Es gehört jetzt eh uns. Wo jetzt hin? Ne, lass Deffen. Na, wir fahren eh. Wir fahren eh. Wir fahren eh. Deffen nützig. Die fahren jetzt alle zu dem Stützpunkt. Das geht eh kaputt. Lass uns eh. Ich spawn jetzt mal hin. Alex, bleib stehen. Ja, ich repair auch die. Alles okay, alles okay. Ja, okay, ich wurde auch geschossen. Oh, ich bin kaputt. Bist du auch von Robbie the Kid kaputt? Ja, ich auch. Das ist der Anti-Tank-Panzer. Der zerstört alles mit einem Schuss. Okay, bei D spawn und schnell rüber zu E. Ne, er wird gerade überernommen. Das muss man verteidigen. Da ist ein Fahrzeug. Ich habe ihn einmal erwischt. Einmal habe ich ihn erwischt. Ich bin ja nicht von dir. Ich habe ihn noch mal erwischt. Er ist zerstört. Ich habe nur Hilfe bekommen, aber er ist weg. Nein, er ist rausgekommen und genau in meine Fresse gelaufen. Der liegt ja bei dem Cortana in der Geld. Ja, Nase bohren, gell? Ne, er ist nicht bohren. Kann die nicht mehr spawnen. Nase bohren. Kann bei denen ich mehr spawnen. Ich bin höchstens bei C. Spawn bei C. Ich stecke aus. Ich repair. Wer? Ich bin bei PE gespawnt. Verdammt. Ah, Achtung. Von rechts kommen uns frei. Weg. Hier sind irgendwelche Sniper, die auf C zielen. Das ist so Overpower, diese scheiß M40, ey. Ich hasse sie. Ich sprung gleich bitte hinweg. Muss hier raus. Das wird eine enge Kiste. Wir müssen unbedingt was übernehmen. Dann gewinnen wir. Shit, 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 shit. Daher schnell zur D oder so. Kann ich gleich rein. Bin gleich bei D. Boah, der fliegt schon. Oh, ja. Gunship, fick dich doch. Ist so OP immer noch. Ich spawne bei B. Das wird übernommen. Unbedingt helfe bei B. Dann geh ich bei dir. Brauchst du Fahrzeug? Oder was? Ne, ne, ne. Wir sind immer nur deffer irgendwie. Okay, B ist safe jetzt. Denk ich. Ah, shit, man. Jetzt wird C natürlich wieder überran. Ich bin ... Dann will C. Dann wenden wir mal wieder hin. An den Kuss Ich bin dran. Fliege, mein Arzt, Ich bin dran. Vielen Dank.